Hallo, wie schön euch zu sehen. Hi, mein Name ist Tom Lohner. Ich bin bildender Künstler und ich befinde mich gerade hier in Kroatien auf Urlaub. Aber ich habe mir gedacht, es ist jetzt wichtig, euch diese Nachricht zukommen zu lassen. Und zwar ist es so, dass es vielleicht bei uns in Österreich bald so sein wird, dass es extreme politische Positionen geben wird. Und ich glaube, es ist jetzt so wichtig wie noch nie zuvor, eine richtig gute, konstruktive und innovative, engagierte Mitte zu wählen. Das ist der Grund, warum ich Karl Nehammer wählen werde. Weil jetzt ist es wichtig, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht eine Spaltung unterstützen. Kunst und Kultur gehört da sicher auch dazu. Und wir schauen, dass ich von meiner Seite aus halt auch ein bisschen verbinden kann. Liebe Grüße aus Kreck.